Hallo, hier bin ich wieder, euer Kochstar Keksleit mit Herz. Bereitet euch wieder euer Game Over vor. Heute im Video, einfach schnelle, frische Pizza. Braucht ihr alles für eure Zubereitung. Wir fliegen immer höher, hier sind wir frei. Wir sind bereit, um unseren Weg zu gehen. Hier oben kann uns nichts geschehen. Die Erde bebt, denn unser Kampf ist noch nicht vorbei. So eine einfach, schnelle Pizza. Das wär's doch, ha? Machen wir es ja doch ganz einfach. Jeder Frau, gerade bei den heißen Temperaturen, immer etwas trinken und Händewaschen nicht so gut. Als erstes rollt euren Pizzateig aus. Dann macht euren Pizzateig auf Backnäsch. Dann macht ihr eure Tomatensoße drauf. Dann machen wir unseren Edermarkkäse drauf. Dann macht ihr euren Rindersalami drauf. Und Criperoni Salami. Dann mache ich noch ein bisschen Mozzarella Käse. Dann habe ich meinen Backofen auf 220 Grad vorgeheizt. Die Pizza in den Backofen geschoben. Dann kriege ich euch das Rezept auf den Tisch flach. Einfach frisch, schnell und lecker und Mahlzeit, meine Lieben. Ich wünsche euch einen angenehmen Samstag. Tschüss! Vielen Dank.